Bitte, hör zu. David, hol mich hier raus. Rühr das Buch nicht an. Nein, du verstehst das nicht. Da ist etwas im Wald gewesen. Jetzt ist es hier drin. Bei uns. Hier drin. Ihr werdet alle heute Nacht sterben. Ich habe laut ein paar Worte aus dem Buch gelesen. Und etwas Böses freigesetzt. Oh mein Gott! Sei jetzt still wie in einem Grab. Es ist Zeit, wir holen dich ab. Und wiegen dich in tiefem Schlaf. Und wie geht's this? Let's go. Oh Gott. Ich bin einfach. Vielen Dank.